Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und ja, so wie ich mich erinnern kann, haben wir ja das letzte Mal hier das Haus soweit fertig gebaut und sind jetzt dran mit einem Straßenbau. Und das werde ich jetzt dann mal fertig machen, dass wir hier auch mal ein bisschen zu Potte kommen, was wir auch hier so machen. Weil ich will ja hier ein bisschen das Let's Play vorantreiben. Auch so, dass wir da recht schnell gute Erfolge haben, was natürlich auch das Spielvergnügen angeht. So, jetzt müssen wir mal schauen, bis wohin wir das machen. Ja, machen wir das noch ein bisschen. Gut, du stehst mehr im Weg. Geh weg. So. Was ich mir überlegt habe, so spontan, jetzt gerade in der Aufnahme, dass wir es ungefähr bis hier hin machen, das hier komplett weg machen. Also den Hügelchen hier. Oder das Hügelchen hier. Ey, komm schon. So, so. Und dass wir vielleicht den Wasserfluss auch nochmal ein bisschen abändern, ungefähr. Ja, und dazu müssen wir natürlich jetzt erst nochmal kurz das Mikro hinrücken. Und die restliche Erde hier wegmachen. So, schön Erde klopfen. Ah ja, wir haben hier viel Erde. Muss man dann nachher gleich mal ins Lagerhäusle runterbringen. Das hier kommt auch nochmal komplett weg. So, weg. Ja, das sieht recht okay aus, so. Ja, das machen wir jetzt auch nochmal weg. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das dann hier mit dem Wasserfluss machen möchte. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist mal Gravel verlegen. Aber so wie es aussieht, wird das Gravel, das wir hier haben, nicht reichen. Für, ja, das wird niemals reichen. Vielleicht müssen wir dann doch mal ein bisschen auf Graveljagd gehen. Damit ich das ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Gravel habe, ja, weil das der 64er Stack geht jetzt auch gleich flöten. Vor allem, wenn ich das so beschissen hinstelle. So. Ah ne, wir haben ja nochmal einen ganzen 64er Stack. Vielleicht. Aber nur vielleicht, wenn ich richtig viel Glück habe. Reicht es bis jetzt ganz nach hinten. Aber so wie es aussieht, habe ich kein Glück, wie immer. Nein, reicht natürlich nicht. Und fertig. Ja, super. Egal, jetzt gehen wir mal rein. Legen uns mal in unser neues Schlafzimmerchen. Wenn es jetzt mal Nacht werden würde. Aber ich kann ja schon mal die ganze Erde rausschmeißen. Ja, ich habe mir jetzt mal wieder, also ihr kennt mich halt schon etwas länger, kein anständiges Thema vorbereitet. Hier haben wir einen Koppel. Auch jetzt dann für die nächste Runde. Das müsste eigentlich jetzt erstmal reichen. Das kommt auch weg. Futter brauchen wir. Sonst irgendwas Essenstechnisches, was weg kann. Nein. Hier, das Redstone kommt noch weg. Ach, kurz. Hinsetzen, richtig? Das Eisen können wir mal weg machen, oder? Ja. Brauchen wir ja gerade nicht. Da haben wir auch nichts. So, hier kommen die Knochen. Das Glas machen wir zu Sandprodukten. Die Strings kommen hier rein. Das kommt eigentlich woanders hin, aber egal. Erstmal hier hinstellen. Workbench. Haben wir halt zwei Stück Pilze. So, dann legen wir uns jetzt mal ins Bett. Weil es hat ja... Jetzt mal endlich die Nacht angezogen. Schlaf hin. So. Wunderbar. Es ist Tag. Schwert ausrüsten. Ah, ein Skelett. Schön viel XP sammeln. Da kann man ja immer gebrauchen. Ach, komm. Komm, bleib da, bleib da. Komm, Skelett. Naja, dann halt nicht. Ja, eigentlich hätte ich mir jetzt... Naja, egal. Das Stein machen wir dann gleich. Weg. Aber ich muss jetzt hier auch nochmal Erde ruppen. Also es wird jetzt mal wieder eine schöne... eine schöne Erddruck- und Terraforming-Folge. Oder Folgen. Würde ich ja jetzt mal behaupten. Weil es sind... Ja, es wird noch ein Stückchen dauern, bis das alles... so ist, wie ich es dann gerne hätte im Endeffekt. Aber jetzt wenigstens der... die Umrandung vom... von der Straße wird auf jeden Fall kein Problem sein. Da braucht man jetzt ja nicht so viel Erde... äh, Cobblestone. Aber eine neue Schaufel... Ja, und als kleines Thema habe ich mir mal so überlegt... Ähm... Ich habe jetzt mal angefangen, ein neues Let's Play aufzunehmen. Wo ich mal... jetzt komplett... erst mal aufnehmen möchte. Es hat was mit... Portalen zu tun. Und ihr wisst es bestimmt, was ich meine. Nämlich... Portal 2. Will ich mal schön let's playen. Und... ja... Mir... äh... Machen wir mal 64... erst mal 64 Stickies. So. Füffüpp. Füffüpp. Und... ja... also Portal 2. Ähm... Ja, da bin ich jetzt... Ich habe zuerst vier Folgen aufgenommen. Aber... Es werden auf jeden Fall noch mehr Folgen aufgenommen. Jetzt über die gesamte nächste Woche. Also sprich vom 2. bis zum 6. bis 7. Versuche ich zumindest mal ähm... Portal komplett aufzunehmen. dass ich die dann an einem Stück hochladen kann. Und die dann auch... täglich freischalten kann. Weil ich lade das gerne alles auf einmal hoch. Und tue es dann auch... dementsprechend zu den richtigen Zeiten dann freischalten. Also... Mein Versuch ist es immer... Ah... Ich bin gerade am überlegen... Ich werde wahrscheinlich das so machen, dass ich Minecraft und Sniper Elite... Also Minecraft täglich Sniper Elite alle zwei Tage. Wo ich dann jetzt auch noch... Über meinen Urlaub Folgen aufnehmen muss. Ähm... Sniper Elite alle zwei Tage. Minecraft täglich. Direkt morgens. Ähm... Freizuschalten. Und wenn ich dann mit Portal 2 durch bin. Mit Aufnehmen, Rändern, etc. Dass da dann ähm... Das so gegen Nachmittag kommt. So gegen Einser zwei rum. Eher zweier. Also 2 Uhr nachmittags. Dass da dann ähm... Ein schöner kleiner Rhythmus reinkommt. Eigentlich könnte ich jetzt auch hier noch geschwind die Wand verkleiden. Dass wir da hübsch sind. Ja und ich bin... Auf den Trichter mit Portal gekommen. Weil ich mir gedacht habe... Haja... Jetzt hast... Du wolltest ja eh schon mal Let's Playen. Und da habe ich dann mal angefangen. Wie es ja auch schon auf meinem Kanal mal angekündigt war. Oder sogar schon... Also eine Playlist gab es dazu auf jeden Fall. Aber da habe ich dann... Nicht so weiter gemacht wie ich eigentlich wollte. Weil auf dem Mac... Konnte ich es jetzt nicht so schön aufnehmen wie jetzt auf dem Windows Rechner. Und mit dem... Geschäftslaptop von mir. Der ist mir andern und abgeschmiert während der Aufnahme. Und das war halt dann auch scheiße. Es ist auf jeden Fall kein Blind Let's Play. Weil ich es so schon mal privat durchgespielt habe. Und ja... Ich wollte euch einfach mal Portal zeigen. Da habe ich es hier richtig hier. Genau. Portal soweit aufgehen. Also will ich dann soweit aufnehmen über mein... ...